Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Livestream oder Video auf meinem Kanal. Ich muss ein bisschen im Livestream denken, weil wir machen eine Bruch-Challenge auch gerade im Livestream. Heute FNCS Woche 1 Teil 2. Hier sind die Top 200 besten Teams Europas gerade, die gegeneinander antreten. Und es kommen nur die Top 50 weiter. FNCS, es geht wieder um 2 Millionen Dollar, ne 1 Million Dollar, sorry. Und natürlich auch die Qualifizierung für die World Championship im Oktober. Worauf ich mich auch schon sehr freue. Ich werde eine Video-Party von vor Ort machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, zu kommentieren. Und dann würde ich sagen, Abfahrt. Ich muss zum Nerven-Chat. Ich mach das, glaube ich, okay? Ja. 100 noch. What? Hab ein noch. Geh auf die Mert, geh auf die Mert, geh auf die Mert, geh auf die Mert, geh auf die Mert. Käpt dich, käpt dich. Die haben Hight, wir haben Hight. Spiel Hight, Spiel Hight, geh auf die Mert. Oh mein Gott, die haben Hight. Chat, die haben Hight. Warte, chill, chill. Ich wurde gebeams, ich bin one. Ich bin dead vielleicht. Ne, alles gut, ich lebe. Okay, ich geh auf da. 100 auf den anderen, 150, ich lebe. Oh mein Gott, bitte bleib am Leben. Wir haben Hight, wir haben Hight. 100 Mets. Ich hab connected. Die haben keinen Hight noch, ne? Ne, die haben es auch wieder genommen. Ich hab den gespeeped. Cracked, dead. Ich hab den, ich hab den Body. Ja, ich hab den Body. Ich hab den Body. What? Let's go, let's go. Wir haben es, wir haben es. Okay, ich hab ein bisschen vorgewerben. Ich hab nicht zu viel mehr. Wir haben es, wir haben es, wir haben es. Wir haben es, wir haben es. Smacking, wir haben es, wir haben es. Hä? Cracked, 50 White. Wir haben es, wir haben es gefüllt. Dad mit Stole, ich hol dir eben's, okay? Digga, wie fucking random, bro. Ich hab dich, ich hab dich. Das sieht gut aus, Chat. Chat, das sieht gut aus. 300 Mets, 24 Leute live. Letzte Runde wurden sie Top 3. Mal schauen, ob sie es wieder schaffen. Ich kann ja auch gucken, ob sie es umkommt. Immer, Ben. Ich bin drunter geclitcht. Ich bin drunter gefallen. Ich hab so gemilkt. Ich hab noch in meinem ganzen Team noch nie so heftig gemilcht. Ja, ich hab alles. Ähm, ich komm jetzt. Oh mein Gott, hab ich gemilkt, Digga. Gib die Socken. Jetzt. Ich hab alles, ich bin schon tot. Ich hab zu. Du musst high-up auch spielen. Ich hab noch nie so gemilkt. Egal, du hast das. Chill, chill. Ich muss hören. Du kannst gar nicht high-up weiterspielen. Nee, kannst du nicht. Oh mein Gott. Digga. Äh, Top 10 gerade. Ich werd aufpassen. Du kannst drauf gehen, aber auch vorsichtig. Äh, Top, Top 9. Es sind alles Nulles zu nehmen. Also richtig viele. Also, das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie man das choken kann. Und das wollte ich gerade sogar noch sagen. Ich, ich wollte gerade noch davor sagen, immer wenn Letty auf High spielt, hat er noch nie verloren. Und das ist das, was passiert, Shit. Tote haben Redeverbot. Auf jeden Fall nicht wühlen. Der hat einen sehr doll, sehr dollen Finger in der Nase, ja. Eine gute Handvoll in der Nase. Ja, ich spiel's an, ich spiel's an. Äh, Top 5. Ich hab die Runde gefroht, 100%. Das war mein Wert. Ich hab komplett gefroht, wirklich. Ich hab noch nie so heftig gefroht. Ich hab noch Top 3 gehofft. Digga, ich weiß nicht, was ich mache. Ich bin irgendwie runtergefallen. Ich weiß nicht mal, wie ich runtergefallen bin. Ich glaub, ich hatte Stickdrift und ich hab's nicht bemerkt. Du bist so eine Banane. Du bist so eine Banane. Ja, Digga, was soll ich machen? Ich hab den Stick nicht mehr angefasst. Ich hatte den nach hinten gedrückt und der ist noch heute nach vorne gelaufen. Oh nein. Beautiful. 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 Beautiful girl. Nice. Savage. Egal, Top 2, Digga. Good fucking shit. Good clutch, good clutch. 94 Punkte. GG's. Okay, warte. Fuck mir, fuck mir, fuck mir. Kick bei mir an. Doch nicht, doch nicht over. Fest Stick. Ich hab die, Mann. Nice. Nice. Hull die Bills, hol die Bills, hol die Bills, hol die Bills, hol die Bills und geh jetzt raus. Steh unten, du auf die Bills, ich hab gar nichts. 100 Bills. Nice. Topic, gerade der. Ja, das du, mach, mach, mach. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Er hat 300 Bills bekommen. Digga, ey. Ey, er ist so ein guter Controller-Spieler, ne? Das ist so krass. Ja, okay, raf. Der muss ich machen. Der ist so ein guter Controller-Spieler, chat. Das ist so krank. Auch fast zu nehmen. Äh, top, top 8. Schau, pie, schau, pie. Alles auf Wut. Ja, okay, dann lass es auf, vielleicht sogar. 100, 100. Ich hab den gespeaket. 78. Nice. Hull die Mets, hol die Mets, hol die Mets, hol die Mets. Hast du es, Hauptus? Ich hab's. Er sind uns doch in Zone, er sind uns doch in Zone. Ich hab keine Mets. Job, 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 langsam. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab zwei Bills. Du musst einfach über uns. Ich hab's. Stopp. Du musst ihn einfach strainen. Das ist über uns auf jeden Fall. Ich hab's tief. Ich bin tot, der ist der Drecksolo. Oh mein Gott. Ach, Junge, wir werden runterjumpen sollen. Werden das halten können, also so, dass ich... Ey, war aber geil. War sehr, sehr geil. War sehr, sehr geil. Nein. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. What? What? Let's fucking go. Wer hat das denn gewonnen? Das war die Runde von Letchichat. Let's go, baby. Krank. Jalen, Digga. Digga, das ist das Ding an Jalen, Chad. Jalen gefällt mir richtig, 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 richtig gut. Der Typ ist... Der Typ ist wirklich... Der streamt jeden Cup, ist die ganze Zeit immer am Start. Weiß ich nicht. Gefällt mir. Der liefert... Krank. Also wirklich, das ist krank, das ist krank. Ey, bitte. Bitte holt sie euch. Ihr braucht diesen Refresh-Jokes. Ihr müsst darin belieben. What? Schöner Shot, Digga. Ich hab's auch nochmal... Alter! Sehr, 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 sehr gut und meine цеstaori bis jetzt ist... Da, ähm, 날 Bart mésraud. Alter. Sehr, 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 sehr gut und Refresh-E bombardment's cool bis jetzt. Die haben alles Gerade. Naja, ja. Ja AZ, ich hab's gemerkt. Ich hab's�rennt temas. Bis jetzt. Gut Rotation. Immer noch gute Rotation. Oh, okay. Keine Mets mehr. Keine Mets mehr, keine Mets mehr. Gerade? Ich weiß nicht, vielleicht schafft er das irgendwie. Er könnte es vielleicht irgendwie schaffen. Ja, er schafft's! Das kann nochmal richtig Placement-Punkte bedeuten, Chat. Top 15 Situation. Keine Bills. What the... What the... Siphon times two. Siphon times two. Das ist ein wirklich guter Game. 170 Punkte, Alter. No, no. Er muss dann eigentlich W-Kin direkt neben sich. Digga, die haben nur 88 Punkte. Ja, das wird nix. Also, sie können sich gar nicht mehr coolen. Aber, Chat. Man kriegt doch mehr Punkte, je besser du playst, oder nicht? Ist das richtig? Oh mein Gott. Siphon. Egal. Nimm sie mit. Können sie mitnehmen. Okay, mal schauen. Er hat noch sechs Splashes, Chat. Guck mal, mit so einem Loadout, dass die damit nicht ins Late Game kommen, ist so krass. What the fuck, Digga. What the fuck, Digga? Was hat der denn für ein Aim damit? Wir haben so viele Matts, 500 Matts. Wir können Siphon mit den Splashes bedanken. Digga, er ist so gut. Oh, deswegen liebe ich meinen Sohn, Chat. Weil er einfach so unglaublich gut ist. Und Damien ist noch einer in der Zone. Ah, tot. Schade. 5. 2 Solos. 2 Solos. Nice. What the... 1, 2, 1. 2 Solos. 2 Solos. 2 Solos. 4 Builds. Schade, Mann. Digga, schade, dass die Pump dort nicht geht, Alter. Wir gehen rein. Viele Geile sind schon dabei. Ah, guck's euch an. Digga, aber es sind die üblichen Verdächtigen mal wieder, ne? Thomas HD. Malibuka. Morgen im Finale. Kami und Seti natürlich auch. Wen haben wir noch? Mixo und Blacher. Pigs haben wir hier. Mergin hat sich qualmt. Krass. Clownski. Lipschi nach der Impfung. Und Steno. Tayson und Maersdutch. Naps und Hellfire. Moneymaker. Creasy und Veno. Mr. Savage. Vadeal. Sohnemann ist mit dabei. Genauso wie der andere Sohnemann. Pinguk und Viko, Chat. Top 19, direkt GG sind hinterher. Ananas ist auch qualmt. Ananas ist qualmt. Skyf und Corny sind auch qualmt. Ey, sehr gut. Japko und Paco sind auch qualmt. Kami und Vaniak. Scram und Enster. Dann haben wir noch. Chipo und User. Okay. Lechi und Zwilliam. Sehr gut. Der Neff auch noch qualmt, Chat. Tini ist 51. Ei, 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 ei. Das wird mir stinken, Chat. 21. Sie hätten einfach nur eine Platzierung besser sein müssen. Digga. Es gibt so viele Pros. Gerade bei Reason und Jannis kracht es ganz, ganz doll. die sich noch qualifizieren müssen, gerade fürs nächste Wochenende, da ist es super wichtig. Falls ihr das YouTube-Video gerade seht, schaltet doch gerne auf Twitch ein. Twitch.tv slash Amar. Da sind wir gerade in der Bruch-Challenge und es kann sein, dass ich dort gerade keine gute Laune habe. Deswegen Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Und ich kenne es.